Kann ich auch mal was sagen? Ganz offensichtlich, ja. Das ist Barb, meine Nummer zwei. Warum hast du eigentlich... Eine Erdbeere in deinem Rucksack, Liebes? Alle bitte zurückbleiben! Hey, 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 hör auf! Du machst ihr Angst! Ich mach ihr Angst! Ich mach ihr Angst! Ich hab sie getragen und sie hat keiner Seele etwas angetan. Oh, bitte! Bist du Wissenschaftlerin? Um genau zu sein, das bin ich. Sie ist Meteorologin. Meteorologie? Oh Gott, wie süß. Die Wissenschaft des falschen Lächelns und der hübschen Föhnfrisur, während man vor einer Karte rumsteht. Naja, eigentlich ist das ein sehr wichtiger Job, weil... Meteorologie ist die umfassende Analyse atmosphärischer Gegebenheiten. Die Damen, die Damen, bitte! Wir können uns sicher darauf einigen, dass eine von euch eine Wissenschaftlerin ist.